moe leute was geht herzlich willkommen zu einem weiteren video heute fahren wir endlich 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 die strecken auf dem haude hoppenbruch ich bin schon hier momentan es circa 10 uhr 30 ist nicht viel los das bike ist schon vorbereitet und mehr habe ich nicht zu sagen bin gespannt einfach nehme ich euch mit auf dem insta360 und wir sehen oben was neues wir sind schon unterwegs jetzt fahre ich zuerst was war ich ja die freeride strecke und sehen wir zuerst die neuen sprünge alles und dann fahren wir richtig geil also zuerst gucke ich den busch gab mega gemacht geschäbt let's go weiter also hier sehe ich viel neues gleich gehen wir unter der ist auch größer gemacht geschäbt was ist das so geil jetzt haben wir ein kurzer check jetzt ist sowieso wenig los ok so flow table momentan sieht mir noch ein bisschen komisch aus aber ist neuer normal jetzt machen wir check unten hier werden wir fliegen nice was ist das fahren wir weiter hier ist richtig schön gemacht überall michelder für die touristen weil hier sind die mega geile sprünge von anderer seite auch jetzt fahren wir gleich zum schöner leiter anliegen gut geschäbt und da der tego mega einmal hier kurz halten sieht mega aus das eigentlich ja nie geändert aber jump line ist viel geändert ok jetzt mal warm fahren warm fahren okay der ist super natürlich schnell schnell Ja, das war. sehr gut, herzliche fahrt, bisschen schneller, die geschwindigkeit von der sprung und dann mal sehen, genau, für den hier, schaffe ich locker, sehr steilig, ne? Leute, machen wir jetzt full top to bottom jump line, ich will den großen sprung von der rechten Seite machen, aber entschied ich 100% da unten, der ist einfach, schaffe ich das? Ja, Mann, ja, perfekt! 2 hier Nice, ob wir das Biscayent's carry, was? das war genug schnell fernsehen anmachen ja mann geil sauber so much fun yes so einfach langsam der ist der ist auch geil ich wünsche mir auch den zu machen muss einfach schneller rollen lassen meine läuft schon oder blinkt das ja ja das heißt funktioniert okay viel spaß ja das war airtime hei Jungen! Tsss! Ey, hier ist... Hier ist Ghalster! Mann! Kass! Ich bin hinter dir! Oh Junge, das war... Das war knapp 2 Meter hinter dir, ja? Ich war nicht so genug schnell. Aber hat das perfekt auch geklappt. Yes, epic! Epic! Diesmal fahr ich mal etwas hinten. Ich lass bisschen Abstand. Willst du dich hinter mir, oder? Ja. Alles klar. Nimm das. Gute! Ich bin mit der Spanage. Ich bin mit der Spanage. Ich bin mit der Spanage. Ich bin mit dem Schrauben. Entschuldige! oh Junge ist so nice oh out of the truck bro nee da war ich nicht genug schnell ah kacke was? fahr mal weggerutscht, so ne scheisse alles gut der muss mich schon mit geschwindigkeit nehmen fahr weiter droppen einfach ohne Distanz hinter dir fahren fahren wir hier runter oder nein? ja alles klar hast du auch hier wow perfekt geschapt hey das war Robben total geil ich glaube ich lass mal ein bisschen Druck aus dem Reifen rauslassen nice oh Junge das war ja das war ja für das erste mal war das okay ein bisschen Trick ich bin ein schnitt schnitt Aaaaaaah Armin! Ohhoho Oh, so much air time War nichts schlecht. Yo. Yo. Tup, tup, tup. Oh, God. So nice. Oh. Yo.